Heute ist so ein wunderbarer Tag. Ich habe ein Kraut gezüchtet, das kann Verletzungen in Sekundenschnelle heilen. Das wird bei dem schönen Wetter mit Sicherheit gut wachsen. Hey, hört ihr das? Da draußen sind verdächtige Geräusche. Komm, wir gehen mal schnell nachsehen, was da los ist. Oh, Alarm! Die Darksters haben unsere Energiesteine geklaut. Kommt alle schnell raus! Alarm, Alarm! Schnell, schnell, alle raus! Da fahren sie mit unseren Steinen. Ich fliege ihm hinterher. Nein, fliege ihm nicht hinterher, das ist viel zu gefährlich. Oh je, er stützt ab! Alarm! Mist, mein Flugzeug ist kaputt! Hoffentlich ist ihm nichts Schlimmes passiert. Ihm ist einfach nichts zu gefährlich. Warte, Tom, bleib einfach ruhig sitzen. Ich komme mit dem Collector-Bot. Ich bringe dir mein neues Kraut. Drück es auf die Verletzungen, das hilft. Ah, danke. Zum Glück ist am Flugzeug nicht viel kaputt gegangen. Das haben wir schnell wieder repariert. Hey, ihr drei, guckt mal, da kommt ein Darkster angeflogen. Fliegt ihm entgegen! Okay, tschak, tschak, rausch da! Und schwa dali, dali! Mitkommen! Was habe ich jetzt getan? Nehmt ihm seine Klamotten weg. Mit denen kann Kazuki sich verkleiden. Und dann könnt ihr ihn in mein Gewächshaus sperren. Da kann er nicht weglaufen. Lässt mich raus hier! Okay, als Spion getaunt, fliege ich jetzt zu den Darksters und richte denen dort ein bisschen Chaos an. Hey, was soll das? Mach die Hebebühne wieder runter! Na, Darksters, wollt ihr ne schöne Bescherung? Okay, wie ihr wollt! Okay, Tom, ich kann keine Klamotten. Okay, Tom, ich kann keine Klamotten. Oh, das sind ja unsere Energiesteine. Juhu! Wir haben die Energiesteine, Tom. Guck mal! Wir haben die Energiesteine, Tom. Okay, du darfst erst nach Hause, wenn du uns versprichst, dass es nie wieder hier in Daxa auftauchen wird, okay? Wir haben unsere Energiesteine wiedergekriegt und niemandem ist etwas passiert. Lasst uns das feiern, ihr lieben Freunde. Genau, let's have a party. Hm, schmeckt die Pizze lecker. Vielen Dank.